Es gibt ein kleines Rädchen, aber es gefällt mir gar nicht, dass es hier draußen ist. Kannst du mal aufhören, in meinem Versteck zu spawnen? Was denn los mit dir? Willkommen zurück, meine Damen und Herren, ich bin Salp Psycho, ich bin wieder bestanden mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute finden wir uns im wunderschönen Bleasdale Farmhouse. Momentan finde ich es noch wunderschön und darfst du raus, wie gesagt, ich gewöhne mich langsam an die Farmhäuser, ich finde sie inzwischen sympathisch. Kommt drauf an, wenn der Breaker hier ist, ja, wenn der Breaker hier ist, auch ja, wenn er hier ist, rast dich aufs. Okay, wahrscheinlich nicht, aber ich würde es gerne, vielleicht habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht. Wir haben Barbara Skinner, brauchen eben 11, Crucifix, Foto, Abmarsch. Und ich freue mich ja schon auf das neue Update. Es gibt ja inzwischen auch auf dem Discord von Phasmo, gibt es schon zwei Previews. Und laut Gerüchten unserer Folge soll es irgendwann jetzt Juni, Juli kommen oder erscheinen, das Update. Und da wird zum Beispiel das ganze Setup im Menü geändert. Jeder hat jetzt dann so eine Spieler-Set-Card beispielsweise, wo daraus steht. Also, wie so ein Ausweis aussieht, was ich richtig cool finde. Und eine Map, und zwar das gute alte Asylum, mit gereworkt. Und der Breaker ist auf dem Dachboden. Mit gereworkt. Und auch ein bisschen verkleinert. Finde ich zwar irgendwie auch schade, weil ich fand Asylum eigentlich so in Ordnung, wie es war. Wie gesagt, Solo war es jetzt eher langweilig. Aber gerade, wenn du jetzt in einer Gruppe unterwegs gewesen bist, war die Große perfekt, fand ich. Das hat super gepasst, gerade für eine Vierergruppe super. Ich bin aber gespannt, wie es wird. Die Bilder, inwiefern es dann geändert wird, oder eingepasst wird, laden auf jeden Fall vielversprechend aus. Aber ich bin gespannt, ob es mir dann immer noch gefällt. Ich bin da sehr, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber, okay. Zumindest arbeiten sie an Fassmo. Und das finde ich gut. Wie gesagt, weil dadurch, dass einfach die Updates viel zu lange dauern, oder sehr lange dauern in dem Fall, bin ich ja dann schon mal froh zu sehen oder zu hören, wenn überhaupt mal wieder ein Update kommt. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, wie die Frequenz vorher die Updates rauskommen ist, als er nur Solo war, also der Entwickler. Und da gab es bam, 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 bam. Immer Updates selbst und nur kleine Updates waren mit Bugfixes oder sowas. Aber jeden zweiten Tag gab es ein kleines Update. Und jetzt dauert es vier Monate, bis ein großes Update kommt, obwohl sie jetzt zu dritt oder zu viert sind. Das ist schon crazy. Okay, aber wir können auf jeden Fall sagen, hier oben haben wir kein Geisterraum und auch kein Pentagramm. Check. Okay, ab nach unten. 16 Grad oder Bärchen. Und ich hoffe einfach, er lässt den Break an. Es riecht nach Essen. Okay, mein Rechner heizt zwar ein bisschen, der ist jetzt auf 44 Grad und allgemein hier drin sind 30 Grad, aber ich glaube, mein Rechner schmirgelt nicht. Das ist schon mal gut. Vielleicht war da irgendwie noch, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwann letztens eine Fliege zerklatscht, die ist in den Rechner reingeflogen und die hat es jetzt gebrutzelt. Könnte auch sein. Wobei, ich sage, es riecht nach Chips. Wenn hast du Bacon-Chips. Das geht, Teddy. Hier ist aber alles clear. Also finde ich cool, dass wir jetzt den Power-Videos so geändert haben, dass man hier hinter kann und jetzt auch sich wahrscheinlich wirklich sicher fühlen auch dahinter. Ich schaue nur. Aha, wenn das Püppi hätte ich jetzt fast gesehen, wenn ich nochmal zurückgegangen bin. Ich hätte mich sonst gehasst, wenn ich jetzt bis hinter in die Garage gegangen wäre, um zu schauen, ob wir das Reiter-Bot hatten. Knochen. Okay, Knochen-Utility. Aber schon mal positiv, hier oben ist kein Geist. Wieso ist das so? Achso. Lass mich gerade schon wieder so leuchten, dass wir übertrieben. 19 Grad. Also wir haben Püppi hinten auf dem Stuhl. Knochen-Utility. Geisterraum irgendwo im Erdgeschoss, hoffentlich. Hoffentlich. Vielleicht sogar hinten in der Garage. Aber bis jetzt ist hier noch alles clear. Ja, nüchstig, seelicht. Das wäre es ja jetzt, wenn hinten drin, zwischen dem letzten Raum, den ich hier so checken würde. Aber, aha. Warte, hier ist auch das Glas. 7, 8. Okay. Entweder er wechselt gerade hier rein, oder er wechselt, oder will so ungefähr so ein bisschen wechseln. Kann auch sein, dass er stark raumt und deswegen so inaktiv ist, aber, das haben wir sogar ich gehört. Er ist hier. Fünf. Nice one. Chillumino. Jetzt ist es natürlich doof, wenn wir jetzt nur einen Beweis finden und im Zweifel, unser Ebenefünf ist raus. Ist doof. Aber gut, check. Nehmen wir den Geisterrahmen, wir haben die Gegenstände. Wir müssen jetzt erstmal die Gegenstände holen. Ansonsten gehen wir jetzt in den Geisterrahmen, legen da die Uferlappe ab, laufen dann wieder zurück, ab nach oben, holen die Gegenstände, laufen dann wieder runter. Ihr merkt schon, das wäre eher kontraproduktiv. Deswegen direkt die Gegenstände holen dann runter, runterbereit im Geisterrahmen, parken und weiter geht's. Ich hoffe, es lag nicht. Das ist mir letztens aufgefallen, im Stream, seit irgendeinem Update, kann es sein, dass es übertrieben lag, weil hier ein paar Lichter an sind. Keine Ahnung, woran es lag. Die gute Vivi, die gute Wischu hat das Problem, die ich auch gehabt habe, die ich auch gefragt habe. Die meinte, ja, kennt sie, hat sie. Das ist nochmal nervig. Keine Ahnung, woran es liegt. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich weiß es nicht, ich glaube, es hat in der Zwischenzeit ab und zu zwei, drei Updates mit Bugfixes und sowas. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob... Warte mal, aber das Licht dürfte noch nicht so lange an sein. Der Breaker war die ganze Zeit an. Und hier war Licht aus. Was bedeutet, wir haben jetzt eigentlich keine Fingis. Wait a sec, habe ich da gerade gehört, wie jemand an die Scheibe geklopft hat. Ja, das war unschön. Ja, hier zwei, aber hier ist nichts. Okay. Ich wollte vorhin schon sagen, wir haben ordentlich Sanity eingespart, dass wir oben die ganze Zeit Licht an hatten. Ja. Die Sanity ist jetzt wieder am Arsch. Danke dafür. Okay, weiter geht's. Das kläre ich hier, die beiden wird's kaufen. Das sieht eigentlich voll schön aus. Wobei man jetzt so ein bisschen die Pixel erkennen kann. Das ist natürlich wieder unschön, aber... Soll ich mir vor, fast mal wieder noch eine krasse Grafik kriegen. Nee, das wäre ab, nochmal. So, wir machen das erstmal hier. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. No. Ja, hier. Wir schauen nochmal. Breaker müsst ihr noch an sein. Hoffe ich. Ja. Und jetzt hab ich hier hinten was gehört. Ja, sind wir noch hier. Aber es könnte sein, dass wir wechseln. Das müssen wir natürlich irgendwie im Auge behalten. Aber jetzt erstmal den letzten Run mit rein und dann können wir mal noch weiterschauen. Dann können wir mal noch sehen, hey, hier, ja, nein, doch, vielleicht, Geisterung. Hello? Dann hat gleich alles. Umwechseln. Wir bringen jetzt erstmal den letzten Run rein und vor allem das Ganze auch noch, bevor er anfängt, Handeln zu spielen, weil sonst wird das Ganze eher ein bisschen kontraproduktiv werden. Wir haben uns noch nach keinem Verstecken geschaut. Das ist Verstecke von Eck. Das war kontraproduktiv. Bis jetzt. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sobald ihr wisst, wo euer Geisterraum ist, schaut mal verstecken. Am besten in beide Richtungen. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung in dem Fall jetzt. Je nachdem, wo ihr steht und wo der Geist war und quasi dann in die Richtung laufen können, habt ihr ein Verstecken. Kann ich euch nur ans Herz legen. Da habe ich auch eine gute Kollegin, eine gute Maria. Ja, die weiß teilweise nicht, wohin sie laufen soll. Sie ist da auch noch ein bisschen nervöser. Auch in der Anfangsphase. Ah, deswegen. Einfach schauen. Je nachdem, wo ich bin, wo es mir versteckt, dann wird man auch sicherer, finde ich. Dann fühlt man sich wohler. Und ist nicht ganz so nervös, weil man bereits weiß, okay, jetzt fängt die Jagd an. Und ich weiß bereits, wo ich hinlaufen muss und bin da safe und überlebt er die Jagd. Das nimmt viel, viel Angst weg. Okay, wir haben das kleine, wir haben die Zahnreihe. Äh, wer ist? Okay, wir haben Dots, Eme 5. Dadurch, dass wir Dots und Eme 5 haben, haben wir auch kein Mimic. Was bedeutet, wir haben Gespenst, Goryo, Uni, Raichu. Gespenst, Salz erkennen, Raichu, Geschwindigkeit, Uni, Goryo. Das sind Ausschlussverfahren, beziehungsweise Goryo hinterher dann. Ähm, ja, eben Dots. Erstmal kurzwegs mit rein für die Quest. Danach bringe ich Salz mit rein. Räucherstäbchen, ja, wobei, erstmal sollte ich Räucherstäbchen bringen. Ich hoffe auch, dass ihr jetzt nicht habt. So. Und ich hatte das letzte Mal schon mal. Da hatte ich einen Raichu. Aber weil alle Gegenstände hier hinten waren, habe ich ihn nicht erkannt. So blöd es klingt. Warte mal, du bist ein Buch. Das ist nur ein Event. Aber ich kann nicht trotzdem ausmachen. Also, jetzt habe ich das Ganze gespratet. Was bedeutet, ganz egal, wo er jetzt spawnt, wenn er rausmisten möchte, durch eine der Türen, kann Energie ziehen, an einem der Gegenstände. Leute, wäre es ein Raichu, müsste er eine erhöhte Geschwindigkeit haben. Check. So viel dazu. Kurze Fixe liegen. Check. Worte vom Geist. Äh. Ja. Da bin ich eher demotiviert. Also, das sage ich ganz ehrlich, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, dann nehme ich jetzt lieber erstmal Räucherstäbchen, lege sie schon mal in die Tür. Bitte, Fall der Fälle. Wenn es eine Reitschüsse ist, und da kommt ein Teil des Spiels hinter mir her, dann gibt es keinen Fall der Fälle mehr, dann bin ich tot. Aber dann würden wir jetzt zumindest erkennen. Nein, das ist jetzt kein hundertprozentiger Win, denn ich würde ihn zwar dann erkennen, aber ich bin ja tot. Aber so ein 50-50 Win wäre das. Und damit kann ich leben. Ja. Eins mit rein. Auf jeden Fall, dass ein Gespenst ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Also eigentlich sollten wir jetzt eine Jagd abwarten, damit wir schauen, ob es ein Raichu ist. Diesen ausklammern. Oder bestätigen, je nachdem. Und danach erst das Salz verwenden für einen Gespenst. Ich habe jetzt extra nur zwei Haufen gemacht, denn das Problem ist eben, weshalb ich ja auch... Aha, kurzwegs knuspert. Das Problem ist eben, sollte jetzt eine Jagd starten und er sollte dann aber in dieser Zeit ins Salz rein dackeln. Bis wir nicht, ob wir Fussis haben oder nicht. Deswegen habe ich jetzt erst mal nur zwei Haufen. Aber hier, wir haben Fussis. Wir können jetzt auch jemand nachschauen. Schritt, Wunderbällchen. Wo geht der hin? Aha, lol. Hauptsache, er ist hier wirklich hinlang gegangen und dann hat die Dose weggekickt. Crazy. Das ist cool. Okay. Kleines Rädchen. Aber es gefällt mir gar nicht, dass es hier draußen ist. Kannst du mal aufhören, in meinem Versteck zu spawnen? Was ist denn los mit dir? Gut, jetzt durch die ganzen Events können wir jetzt natürlich auch schlecht den Trick machen. Der Sanity, wenn er jetzt ja... Wärts wie sehr wahrscheinlich dann schon der Hartigan Rage. Er ist dort hinten jetzt aktiv. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und da können wir dann natürlich auch keine Dots erkennen, wenn er gar nicht mehr hier dran ist. Nervös. Okay. Wir müssen jetzt aber trotzdem noch mal schauen, aber hier ist... Fünf Krebs, da kommt noch hinauf. Ich bin beim Gorio grad. Allein aufgrund der Tatsache, dass er jetzt so aktiv ist, so... Gorio ist ein Territorial. Die finden sich bedroht, wenn jemand in ihrem Territorium oder in ihr Territorium eindringt. Eigentlich genau das, was wir gerade machen. Geschwindigkeit nochmal. Da sind genug Gegenstände. Ich weiß nicht, wie es euch geht. da, Gorio wäre plausibel mit Bereich eindringen. Aber irgendwie finde ich... Finde ich auch den Oni sehr plausibel. Das gerade eben, das war eigentlich perfekt Oni. Mal 50... Äh, was? Okay, wir sind auf ungefähr 20%. Ähm, ja. Da merkt man, da merkt man, dass es vielleicht ein bisschen viele events machen. Ich werde jetzt erstmal, bevor ich ins Haus gehe, nochmal hier über die Camp schauen, ob wir dort sehen. Sollten wir jetzt zum Beispiel hier keine Dots mehr sehen, dann, ne, weiß ich, wir sind im falschen Raum. Sollte ich hier dort sehen, dann müssen wir, okay, wir können jetzt wieder rein und können schauen. Ich habe jetzt auch extra schon seine Dipping genommen. Was bedeutet, da, wo er jetzt gerade ist, wird er wahrscheinlich auch bleiben. Sollte er also noch hier sein. Ja, und die Dose bewegt sich. Was bedeutet, er sollte auf jeden Fall noch hier sein. Will ich nur drauf warten, ob wir dort sehen. Sollten wir hier dort sein, sollten wir sie ja kennen. Jetzt die Frage, sind wir jetzt in der Küche oder nicht? Also sind wir jetzt im Geisterraum, sprich im S-Bereich, oder sind wir in der Küche? Also, nicht im Geisterraum, weil dann können wir sie ja eigentlich auch sehen. Wobei man sie dann nur mit der Video-Camp sehen will. Das ist crazy. Ich muss halt jetzt meinem Bauch vertrauen. Mein Bauch und meinen Augen. Und in der Regel sehe ich keine Dose. Gefühlt. Nicht ohne Grund schaue ich sonst nur nach Dose, wenn ich im Livestream bin. Aber hier ist gerade nichts. Keine Dose. Das Problem ist, ihr werdet wahrscheinlich... Okay, Fokus. Ihr könnt, wie gesagt, zurück machen. Wenn ihr meint, ihr seid hey, Pader, was? Ich nicht. Aber ich sehe, ihr könnt ja Dose. Das ist halt jetzt das Schwierige, weil ich meine, wer ist jetzt ein Uni? Hey. Wenn es ein Uni ist, dann müssten wir Dots haben. Die würden wir auch sehen. Da wäre es doch egal, ob die im Geistraum sind. Ja, nein, vielleicht. Als es ein Gowrio ist, dürften wir keine Dots auf diese Art und Weise sehen oder haben. Demnach wäre das jetzt ein Gowrio. Tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig erkenne, haben wir in dieser Woche vier Geistern richtig. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon genug nach Dots geschaut. Wir haben alles, außer Foto vom Geist. Das werde ich auch garantiert nicht machen. Klar, er hat sich häufig gezeigt, aber er kann nicht mal. Wir räuchern jetzt einfach mal aus. Ich bin beim Gowrio. Normalerweise würde ich sagen, vom Verhalten her, weil es ein Uni ist. Weil, wie aktiv er ist und wo er die ganzen Events gegeben hat, das wäre ein wunderschöner Uni. Aber, ich habe keine Dots gesehen. An dieser Stelle bin ich jetzt schon mal auf die Kommentare gespannt, weil wenn da wirklich Dots gewesen sind, die ich aber nicht gesehen habe, werde ich mich wahrscheinlich auseinandernehmen. Da habe ich auch kein Problem mit. Wir schauen jetzt hier nochmal, ob wir hier Dots sehen. Das könnte ja auch sein, dass wir hier jetzt auch keine Dots mehr sehen. Das würde bedeuten, dass er gewechselt ist oder dass wir es gemerkt haben. Deswegen, checken wir, schauen wir jetzt hier, ob wir hier Dots sehen. Wenn ja, weil ich bin Goryo. Wenn nein, müssen wir natürlich eigentlich nochmal alles ändern. Ja, das wäre ein Unschösser. Ich merke auch, dass ich langsam müde werde auf dem ganzen Dots schon. Aber hier, es ist durchgelaufen. Und so ein Dots hätten wir gesehen. Die ist jetzt eigentlich bei allen drei Malen, wo wir sie gesehen haben, die gute Binhand mir nochmal, Barbara, ist eigentlich so durchgelaufen, dass wir sie hätten sehen müssen, weil sie durch den Tisch durchgelaufen ist oder sonstiges. Klar, es kann natürlich sein, dass die Dots, als wir im Haus drin waren, im Geisterraum, dass sie da irgendwie nur an der Seite vorbeigelaufen ist. Und halt nur wunderschön durchgelaufen, als wir hier auf dem Bildschirm geschaut haben. Aber, wir hätten es sehen müssen. Deswegen, ich bin beim Goryo. Abmarsch. Schauen wir mal. 4 von 4 oder wenden wir diese Woche mit einem Blitz. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, Foto lasse ich offen. Das Problem ist, solange ich nicht weiß, dass wir, das ist ein Goryo, sehr schön. Solange ich nicht weiß, dass wir ein Foto brauchen und das in dem Moment vergessen, wenn er sich zeigt, zeigt er sich. Sobald ich weiß, ich brauche ein Foto und habe einen Fotopartner und hat einen Fotopartner, zeigt er sich nicht mehr. Deswegen, denkt er um Möglichkeit. Aber, 260 Dollar, ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid es auch. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.